Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sword Wars Games, wieder mit Snow Dragon. Ich bin nicht da. Wie, du bist nicht da. Ich bin nicht da. Wie, du bist unsichtbar. Ich bin gestorben, letzte Folge, weißt du es nicht mehr. Ach genau, ah. Ich dachte, das durfte ich noch nicht verraten, deswegen. Ja, das habe ich rausgeschnitten. Ja, dann gehe ich halt ohne dich auf den Server. Okay. Okay, drei, zwei, eins, drauf. Und los. Und los. Hey, du bist doch noch da. Ich lebe. Oh, und es sind noch zwei weitere draufgekommen. Oh, oh, oh. Hi. Fight. Na, wie, die wollen fighten? Wollen wir? Nee. Schreib nichts in den Chat, dann denken die, wir sind AFK oder so. Lol. Okay, okay. Jetzt müssen wir aber die ganze Zeit singen, weil es können wirklich sein, und warte, wir bauen mal hier hinter uns zu. Ja, als ob die jetzt hier direkt über uns sind. Ja, wer weiß. Weil bei so einem Projekt weißt du nie. Das weißt du nie. Fight. Ja, okay, stimmt. Wenn wir uns an die erste Folge erinnern. Ja. Ja, aber guck mal, das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir den nicht zurückschreiben. Also, wir können ja mal zumindest schreiben, ja, mal sehen, oder nee, eher nicht. Weil ich weiß ja nicht, wie gut die ausgerüstet sind. Wenn ich wüsste. Oh, lol, ey, der Staubsauger war bei dem Hintergrund aktiv. Hört man den? Leute, ja. Ich glaub, den hat man auch richtig laut und deutlich in der Aufnahme gehört. Aber egal. Ja, ich nenn die Folge einfach, der Staubsauger kommt. Der Staubsauger kommt? Die Rückkehr des Staubsaugers. Hast du noch ein bisschen Holz? Ich muss hier gerade mal Eisen abbauen. Okay. Das kann ich nicht hier zurücklassen. Sonst krieg ich wieder böse Kommentare, dass ich Eisen übersehen hab. Der Nake, Alter. Ich kann nicht schreiben. Danke. Äh, was brauchst du? Eine Spitzhacke. Äh, nee, ich brauch ein paar Fackeln. Spitzhacke hab ich. Achso, ich hab gar keine Fackeln. Ich hab auch gar keine Kohle. Ah, ich hab nur ein bisschen. Warte, aber das ist jetzt das letzte Holz. Ich hab nur noch vier Fackeln. Ansonsten laufen wir halt die ganze Zeit im Dunkeln. Das wär ein bisschen blöd, aber egal. Warte mal, ich setz mal kurz hier eine. So. Ich glaub's ja ehrlich gesagt nicht, dass die unten... Oh, warte, warte. Ich hab was vergessen. Oh. Ich muss auch mal kurz in den Discord. Discord und X5 reinschreiben. Hab ich gar nicht gemacht. Warte. X5. Achso, hast du nicht gemacht. Ja, warte jetzt. Ah, nicht. Hashtag 5. Mein Gott, ey. X5. So, jetzt. X5. Hashtag X5. Mein Gott. Das gleiche. Wir lassen euch noch ein wenig am Leben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ansage und Drohung. Ansage und Drohung zugleich. Es war keine Drohung. Es ist ein Geschenk. Wir lassen die am Leben. Genau, so seh ich das aus. Es ist ein Geschenk. Oh, jetzt. Wir sind schon fast oben, weil jetzt ist hier Sand. Ja, ich sneak mal ein bisschen. Ja, ich auch. Ah, wir sind. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir hochschwimmen. Ähm. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Kommst du? Ah, warte, warte kurz, warte kurz. Dann machen wir es. Hm. Ja, geht glaube ich schon. Ich weiß doch nicht, wenn da jetzt der Ozean drüber ist, wäre es natürlich schlecht. Ja, das ist halt, ja, das ist halt das Risiko, was da ist immer. Also es ist klar, dass die da sein könnten, aber ich glaube es jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass sie gerade da. Was? Ne. WTF? Die Aspalus ist gestorben. Hä? Warum? Hier geht es aber ganz leicht hoch. Komm hier. Hier können wir hoch und raus. Ich gucke mich gerade mal um. Äh, der ist jetzt für immer tot, oder? Ja. Der ist raus aus dem Projekt. Hä? Wie das denn? Ich glaube, meine Ansage hat ihn umgebracht. Tja, Karma ist eine Bitch. Ganz einfach. Nein, Quatsch. Lol. Wie überraschend kam das denn? Also, damit hätte ich am wenigsten gerechnet. So, warte. Eine Schweigesekunde für ihn. Okay, vorbei. War schon. Schade. Tut uns leid. Ich meine, klar, wir hätten gerne gekämpft, aber jetzt hat das ja quasi selber hinter sich. Warte mal ein bisschen Holz. Übrigens, schöne Inseln da vorne. Da vorne. Und ja, es ist der Ozean. Ja, stimmt. Lol, ey. Er ist einfach gestorben. Vor uns an Augen. Aufnahme. Waren wir das, die da diesen Dings gebaut haben im Meer? Dieses, ähm, was denn? Also, dieses Dings da? Nee. Ich glaube nicht, ne? Nee, wir waren das nicht. Oh, das heißt, hier war schon einer. Mysteriös. Okay. Warte, so ein bisschen Holz nehme ich noch mit, dass wir was haben. Ja, ich schaue mal, ob ich hier was zu essen finde. Vielleicht ist da hier irgendwo ein Mieneingang. Das wäre jetzt echt nochmal Hammer, aber ich glaube nicht. Hier zum Beispiel ist noch, sind noch ein paar Holzbäume. Also, klar, ein paar Bäume nicht komplett abgeholzt worden. Also war er hier schon? Oh, da hinten brennt jemand. Wo denn? Ja, hier brennt jemand, ein Zombie. Wo? Achso, ich dachte schon, ich dachte schon, Spieler, ey. Zombies sind auch Menschen. Nein. Doch. Oder war alles. So, hier oben ist ein Creeper. Huh. Ich bin noch oben. Also, ich bin den Berg ein bisschen weiter hochgegangen. Du bist ja irgendwo... Ähm, ich sehe dich gar nicht. Unten weitergegangen. Also, ich bin immer noch in dem Wald drin. Du bist immer noch in dem Wald drin? Ähm. Ach, hier. Hier, 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 hier. Achte. Hier, warte das. Schau dir mal den Berg da an. Ich habe noch ein bisschen Fleisch gerade geholt. Warte. Ich komme wieder hoch. Ich gucke mir den mal an. Ja, guck dir den mal an. Oh, lol. Oh, ja. Der ist schon groß. Der ist schon sehr groß. So, jetzt ist die Frage. Wo geht es denn hier rein? Das wäre natürlich immer... Na, okay. Hier geht es nirgendwo rein. Häschen. Wieso droppen die Häschen? Oh, doch. Haben sie was? Ich habe eine Hasenhaut bekommen. Ja, Hasenhaut. Willst du mal probieren? Aber danke, mein Hausarzt hat mir davon abgeraten. Warum? Sind Ballaststoffe? Das sind viel zu viele Ballaststoffe und viel zu viele Kohlenhydrate für mich. Okay, ich habe noch ein Spinnenauge. Willst du das probieren? Ein Spinnenauge? Oh, ja. Das mag ich. Ist ne Delikatesse. Lecker. Zwei gegen ein. Weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, wie gut er ausgerüstet ist. Wahrscheinlich hat er gar nichts. Warte mal, kommt drauf an, was du hast. Ne, wir lassen uns nicht auf sowas ein. Ah, so ein bisschen... Ja, ich würde es... Ich würde es sehr gerne machen, weil... Ich weiß, wie das enden wird. Ich glaube auch, weil... Ich könnte mir vorstellen, er hat bestimmt schon Diaschwert und... Vor allem, wenn er uns so ein Angebot macht. Dann... Und da hinten ist, glaube ich, der Spawn, oder? Siehst du diese Linie? Da hinten? Ja, ja. Im Himmel. Ich glaube, das ist der Spawn. Wir könnten ja mal vorsichtig hingucken. Wir können ja mal vorsichtig schauen. Gehen mal gucken. Ja, ich hätte eigentlich gesagt, wir laufen in die komplett andere Richtung, aber okay. Ja, ich weiß nicht, weil du hattest ja auch gesagt, letzte Folge, wir könnten auch mal in den Neta gehen und so weiter und so fort. Ja, könnten wir. Ist aber auch gefährlich. Nichts übertrieben krasses. Ah, ich weiß nicht. Ah, ja, stimmt. Das ist echt der Spawn. Ja, das ist der Spawn. Oh, wie schlecht. Ja, ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendwie uns linken will und... dann voll die guten Sachen hat, oder ob er halt wirklich... Ach, lassen wir den einfach. Ich dachte, ich würde so gerne kämpfen, ich würde so gerne kämpfen, aber okay. Ich riskiere es nicht. Ich weiß, wie du schon gesagt hast. Wir gehen lieber in den Neta. Ja? Wollen wir machen? Ja, komm. Warum nicht? Ja, okay. Wahrscheinlich wartet er am Portal. Ja, und dann zack, ey. Full-Dia-Rüstung, verzaubertes Dias-Schwert, verzaubert ein Bogen. Okay, dann gehen wir... Aber warte mal, ich habe immer noch nichts zu essen. Ähm, ich... Ich... Ich hätte ein bisschen was. Das könnte man noch mal im Ofen kurz machen. Ich habe überhaupt nichts. Warte. Und gleich geht die Sonne unter. Ich habe mal hier einen Ofen hingemacht. Ich habe mal... Ich gucke mal kurz, ob ich hier irgendwo jemanden sehe. Groß Rindfleisch. Warte, dann hole ich mir hier noch die Hilfe. Weil ich dachte echt nicht, dass wir so nah am Spawn dran sind. Also am Spawn. Ja, ich... Ja, ich hätte es mir eigentlich gedacht, weil wir ja beim zweiten Mal, wo wir dann begonnen haben, da sind wir ja nicht so weit weggelaufen wie beim ersten Mal. Deswegen, also... So ganz weit weg vom Spawn waren wir nicht. Ein bisschen schon, aber... So, also ich hätte jetzt ein Steak für dich. Nur eins? Zwei. Ich meine, wenn wir in Neta gehen, sollten wir schon einiges haben eigentlich. Da müssten wir nochmal ein bisschen farm hier. An der Oberfläche. Und dann vielleicht in der nächsten Folge erst. Oder halt erst in zwei Folgen. Je nachdem, ob wir dann noch... Aber was wir mal machen könnten, wir können ja mal ganz kurz gucken, wie es so aussieht im Neta. Ja, warte, ich... Und da ist ein Schaf da unten. Und eine Kuh. Dann hol dir die beiden. Also ich glaube, hier ist nirgendwo jemand. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass der bei uns in der Nähe ist. Ja, glaube ich auch nicht. Nur bin ich trotzdem etwas nervös. Ja, so ein ganz kleines bisschen misstrauisch ist man eigentlich immer. Also ich habe jetzt zwei Schafdingensen hier. Kommt, Jungs. So, komm, wir gehen in Neta. Ja, macht uns doch schon das gute Angebot. Das ist das beste Angebot, ey. Und dann... Das Angebot ist zu gut. Ja, aber ich glaube nicht, dass der so... Also ich geht's durch. Ich komm mit. Ich komm mit. So, äh... So, mal gucken, wie es hier so aussieht. Ah, hier. Ja, es sieht schön aus. Ja. So warm auf jeden Fall. Okay, die Aufnahmezahl von ihm ist eh gleich vorbei. Ja, gut. Und jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir könnten natürlich XP farmen, um dann... Wir könnten uns auch Glowstone abbauen und eine Lampe bauen oder so. Okay, und dann? Weiß ich nicht. Biete! Ah, ich würde so gern. Aber okay, wenn du nein sagst... Ja, ich würde so gern, aber... Wir müssen ja auch ein bisschen was riskieren. Also ich meine, wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel in der Folge... Dass er wirklich schlechte Ausrüstung hatte. Und wenn wir das jetzt mal so durchgehen, also... Er müsste schon richtig viel Glück haben, so wie wir, um schon irgendwelche Dia-Sachen zu haben. Also ich denke mal, er ist höchstens so gut ausgerüstet wie ich und wir sind ja zu zweit. Ey, du weißt, ich kann nicht gut kämpfen. Ja, aber so... Ich hab keine Erfahrung in sowas. Ja, gut. Aber so ein bisschen kämpfen kannst du doch schon, oder? Ein bisschen. So ein bisschen. Ja, siehst du. Und ich bin auch so halbwegs okay. Da hinten ist ein Crafting Table. Was? Ein Crafting Table. Oh, das heißt, hier war schon einer. Ja, wie gesagt, also... Ja, da hinten hat auch jemand gebaut. Also wie gesagt, das XP-Farm und so, hier in der Hölle, das bringt uns halt wirklich nur was. Oder im Neta, das bringt uns halt wirklich nur was, wenn wir einen Zaubertisch auch haben. Weil da können wir wirklich unsere Sachen verzaubern. Aber da wir... Ja, ich glaub, das bringt hier jetzt echt nichts. Gehen wir zurück, oder? Jetzt so zack, warte beim Spawn. Das wär so mega. Das darf er, glaub ich, gar nicht, oder? Ist das nicht in den Regeln irgendwie so festgestellt? Er darf da warten, aber er darf halt nicht irgendwie eine Falle formen. Oh, jetzt kommen die Monster. Ne, der Portalborn. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal irgendwo, wo es heller ist. Ja, wir brauchen aber trotzdem noch Essen. Warte, ich mach... Also ich hab jetzt zwei, ähm, Koteletts da. Ich hab noch Steaks. Ich hab noch drei Steaks. Oh, Mini-Zombie. Oh, Mini-Zombie. Ich hasse die. Die sind voll nervig. So, hier, jetzt hast du ein bisschen verrautetes Fleisch, zur Not. Zur Not bringt das auch was. Zur Not esse ich deinen Arm. Ich brauch meinen Arm noch. Oh, Creeper. Dann bist du arm dran. Aber ich sag, lieber... Lieber Arm ab, als Arm dran. Oh, Skelett. Oh, was ist denn hier los? Geh nicht da hoch. Oh, Skelett. Ja, es ist riskant. Also es war auch, glaub ich, riskant, dass wir schon nach oben gegangen sind. Also ich mein, wir können ja... Du hast einen Pfeil in der Schulter. Was hab ich? Einen Pfeil. Einen Pfeil in der Schulter? Ja, aber ich merk' den gar nicht. Ich hab so'n... Äh, in 30 Sekunden. Aber wir... Da müssten wir... Komm, wir gehen mal da hinten rein. Da hinten ist ne Hölle. Alter, die ganzen Mini-Zombies, ey. Meintest du nicht, die sind süß? Ja, die sind süß als... Oh, Spinnen. Okay, Erfahrung ist immer gut, aber wir können sie ja nicht einsetzen. Oh, erfahren ist... Oder der hat gerade Eisen gedroppt. Oh, erfahren ist gut, vertrauen ist besser. Ich geh jetzt mal hier hinten irgendwo rein in die Hölle, weil wir haben nur noch... Die wird so gut ne Aufnahmen bezahlt. Oh, ich werde von den Spinnen hier attackiert. Und von den ganzen Skeletten. Hast du Angst vor Spinnen? Was? Ja, nur hier in Minecraft. So kommst du... Ich würd' sagen, wir gehen mal hier unten rein, damit wir uns mal verstecken können. Oh, hier ist ein Schwein. Oh, da sind grad noch welche gejoint auf dem Server. Ja, deswegen ist gut, dass du jetzt... Warte, ich... Ich baue mal hier zu, dass du... Aber es ist nicht gut, dass wir so nah am Spawn sind. Ja, das ist halt... Das ist halt das gewisse Restrisiko, was du hast, immer. Das ist halt so. Es ist nie 100% perfekt. Weißt du, was eigentlich die beste Taktik wär? Was denn? Wenn wir uns so hoch bauen, wie es geht. Und ganz oben dann so ne kleine Plattform bauen. Im Himmel. Ja, aber dann haben wir ja nix davon. Also ich meine, dann sind wir da oben die ganze Zeit. Aber dann kann uns niemand angreifen. Weil ja niemand über uns drüber sein kann dann. Ja, aber das... Das fällt ja nach ner Zeit irgendwie auf. Ich meine, die meisten werden ja dann sehen, Oh, da oben hat sich bestimmt irgendwer hingebaut. Da gehen wir dann mal hin. Ja, ich meine jetzt, wenn's zum Ende geht. Achso, wenn, wenn. Ja, dann, dann könnten wir... Dann wär's, glaub ich, ne ganz gute Idee. Oh, wenn man das 60 Sekunden... Weil da kann man sich ja auch gut verteidigen. Gut, also hier ist schon mal... Da geht's wieder raus, da will ich nicht hin. So, gleich sind wir wieder draußen. Äh, ja, was wollen wir denn dann machen? Ja, ich würd mich, wie gesagt, noch mal hier ein bisschen durchgraben. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas und vielleicht finden wir auch ne Mine, weil wir müssen uns noch ein bisschen besser equippen. Also ich meine, ich hab so viel Scheiße bei mir im Inventar. Das können wir dann mal aussortieren. Und vielleicht finden wir ja noch was. Vielleicht haben wir ja das Glück. Weil ansonsten, wie gesagt... Ich mein, Essen brauch ich halt auch noch. Ja, dann können wir ja dazu noch mal gucken dann im nächsten Part. In der nächsten Folge. Okay. Gut, paar Sekunden noch. Ja, komm, wir bauen uns mal hier rein. Wir verstecken uns hier. Wir verstecken uns mal kurz hier ne Fackel. What? So. So, okay. So, Countdown läuft. Der Countdown. So, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, ciao. Bis zum Zuschauen. Danke toll. So, now- See you an. You. Bis zum nächsten Mal.